Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist erstmal der neue Shop, das ist auf jeden Fall der Geilte seit langem. Und zwar gibt es einen neuen Skin, direkt zwei neue Emotes und einen neuen Hängegleiter. Also hier der Marshmallow-Skin, hol ich mir auch direkt, aber natürlich mit dem Creator-Code ARIANFN. Also ihr könnt gerne rechts unten bei Unterstützer einen Creator ARIANFN eingeben, damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen. Auf jeden Fall hat mich einer auf Insta angeschrieben, ob ich ein 1 gegen 1 will und dass er den Recon-Expert-Skin hätte. Also wer ihn nicht kennt, das ist der seltenste Skin in Fortnite. Ich hab ihn noch nie in Fortnite gesehen. Er spielt seit ungefähr Anfang Season 3 und ich hab ihn einfach noch nie im Spiel gesehen. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie oft ihr den Skin schon im Spiel gesehen habt oder ob ihr ihn überhaupt schon mal gesehen habt. Und wenn er ihn hat, dann dürfte er eigentlich gar nicht schlecht sein, weil der kam nur einmal in den Shop. Und zwar in Season 1, glaube ich, also schon vor ungefähr 1,5 Jahren. Der spielt aber, glaube ich, auf Xbox, also ich muss mit ihm über Sprachstuhl reden. Ich geh jetzt mal in seine Lobby und mal schauen, wie gut der ist. Achso, und bevor das Video losgeht, muss ich noch kurz sagen, dass ich seit gestern Abend einen Scuff habe. Das ist jetzt mein erster Scuff. Ich habe davor immer nur mit meinem Standard-Controller gespielt. Also Kreisdrücken tue ich auf diesem Paddle und springen auf dem da. Also das ist richtig komisch für mich. Ja, ich werde dafür jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen, bis ich damit eingespielt bin. Und was geht ab? Hallo. Du hast ja echt den Skin. Ja. Also, du wolltest dann eins gegen eins. Ja, komm, erst mal. Äh, wollen wir kreativ Modus oder Spielwiese? Äh, lass Spielwiese, sonst hören wir uns ja nicht. Ah, stimmt, wegen Sprachstuhl. Okay. Ja. Wie viele Wins hast du eigentlich? Äh, knapp 2000. Was? Und wie viel hast du? Äh, weiß ich gar nicht. 450 oder so. Äh, aber ich habe erst seit gestern Abend einen neuen Scuff, also ich bin grad mega schlecht. Okay. Zusammengrad. Das ist 2000. Und wie lange spielst du so an einem Tag? Äh, keine Ahnung, sechs Stunden oder so? Hast du eigentlich schon jemals einen Recon-Expert gesehen? Nein, noch nie. Ja, ich habe ihn eigentlich auch noch. Nie gesehen. Okay, äh, machen wir, wer als erstes drei Kills macht. Ja, okay. Okay, zweimal hochbauen, okay? Ja. Okay, los. Mit oder schießen oder ohne? Äh, wie du willst. Ey, ich... Ich... Ich gucke mir, mit dem Scuff kann ich einfach nicht spielen. Okay, los. Hä? Digga, fuck. Nein! Ich bin untergeflogen. Ja, okay. Mach mir eigentlich mit drunterschießen oder ohne? Mit. Aber halt nicht direkt am Anfang. Oh. 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 Oh fuck. Oh fuck. Okay. Digga. 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 Ich bin grad so schlecht, Mann. Ich auch. Okay, also 12-0. Ey, guck dir das an, Mann. Hä? Ich weiß... Mann. Oh, Mann. Nein. Digga, das ist meine Wand. Okay, das war's dann wieder. Ich hab nichts mehr zu bauen. Hä? Ey, ich hab's keine Ahnung. Was? Da bringt jeder Recon Expert auch nichts. Wieso, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Oh, was? Oh, was ist das? Falls ich ja, könnt ihr gerne einen Namen nach oben da lassen. Willst du noch was sagen? Ich hab auch YouTube. Wie heißt der Kanal? Ich verlinke einfach seinen Kanal in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ja. Welchen Creator-Code hast du eigentlich eingetragen? ARINFN, natürlich. Also Creator-Code ARINFN nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja. Wie soll ich das Geld machen? Ja? Wie soll ich das Geld machen?